Wolle Liebe und schön, dass ihr am Start seid aus Mannheim. Wir testen heute den saftigsten Döner Deutschlands. Zumindest bekannt darunter, was da wirklich dran ist und ob der Name Programm ist. Das hat sich gereimt, ne? Ob das stimmt oder nicht, da werde ich euch natürlich heute Ausrufe drüber geben. Wir fahren direkt hin. Lasst den Daumen oben knallen und wir sehen uns bei Kadek. Heißt er, glaube ich. Ach, mit woran denkst du, wenn du den saftigsten Döner Deutschlands hörst? Also wie stellst du dir das vor jetzt? Ich weiß gar nicht, was auf uns zukommt. Klar, man hat ja schon jetzt ein paar Sachen so gesehen schon von anderen. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe nur den Titel gelesen, ja? Ich will dir auch nicht zu viel vorweg spoilern. Es ist auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, kein klassischer Döner in dem Sinne. Okay. Das kann ich dir schon mal sagen. Mich erwartet was Besonderes. Es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist kein klassischer Döner. Das musst du aus deinem Kopf streichen. Meine Freundin sagt auch, ich bin was Besonderes. Ja. Da haben Eltern auch immer zu ihren hässlichen Kindern, mit denen keiner spielen will. Nein, es gibt keine hässlichen Kinder. Danke, Bruder. Da vorne an der Ecke ist er. Also ob sie draußen sind oder nicht, die Videos, zwei Videos habe ich hier noch gedreht. Einmal eine Foodtour und einmal wirklich, oh, wilden, wilden Burger. Fünf Sterne Bewertung. Guckt euch die Videos gerne an. Blende ich am Ende dieses Videos ein, wenn sie am Start sind. Falls du noch Tipps habt, ich will noch eine zweite Foodtour machen, schreib sie in die Kommentare ein. Für Mannheim. Ich glaube, hier ist noch vieles am Start, was man testen muss. Sei es Döner. Meinetwegen auch noch eine Döner-Tour. Das gucken wir hier mal. Wie saftig ist dein Vater soll das sein? Oh, Mann, Alter. Und gleich das Team. Yeah. Guckt euch hier das Team mal direkt an. Stabil. Hier direkt sowas sagt, Mann. Was sagt dir das sagt? Das heißt, es gibt fünf verschiedene Becher mit scharfen Pulver. Kannst du uns eins noch sagen, ne? Das soll der saftigste Döner Deutschlands sein, habe ich mir sagen lassen. Darfst du später selber aussuchen? Ja. Natürlich. Der Chef, mit dem habe ich auch schon mal geschrieben. Okay. Du kannst mir irgendwie verkannt, Frau. Aus dem Fernsehen. Okay. Nee, wir sind geschwadet. Was habt ihr für Fleisch verschieben? Ich habe Hähnchen, Marokal. Das Original ist Chicken. Also wenn man vom saftigsten spricht, muss ich eigentlich Chicken nehmen. Ich mache dir einen Chicken und einen Beef darfst du. Okay. Dann nehmen wir zwei Runden. Einmal erst das eine, dann das andere. Erzählt was, was ihr nicht wollt, Männer. Gurken, Tomaten, Zwieter. Habt ihr gehört, Leute? Zwei Runden kurz knacken. Ich mag, dass man das zur Sache geht langsam. Kein Vorspiel mehr großartig hier ein bisschen. Sondern gleich bam, bam, bam. Guck mal, hier schon mal ganz kurz, ne? Wie gesagt, ich habe noch kein Video dazu gesehen. Ich habe nur den Titel gesehen. Ich lasse mich immer ungern vorspoilern und gucke es mir lieber in Natural an. Und das scheint irgendwas jetzt mit dem Döner vermutlich zu tun zu haben. Das sieht nicht aus wie dieses klassische Dürrenbrot. So ganz dünn. Sieht mir da was aus, was ich noch nie gegessen habe. Boah, geil. Oha, ich habe es auch noch mal gesehen jetzt. Das ist ja keine Soße mehr. Das ist ja wirklich flüssig. Deshalb das Saftige. Oh, und hauen das noch mal auf den Grill drauf. Guckt euch das an. Ist so ein bisschen denn wie, äh, wie heißt es jetzt? Achmed, wie heißt das noch mal, wo die das in der Pfanne auch braten normalerweise? Schawarma machen das doch auch. Da brät man es doch auch noch mal an. Ja, und bei dem anderen auch, was so ähnlich ist, was ich nicht so gerne esse. Weißt du, Achmed? Alles klar. Ich schreie durch den ganzen Laden. Mein Kopf funktioniert nicht mehr. Aber Schawarma Arabi machen das auch so. Boah, guckt euch, das alles sieht geil aus, Mann. Ich muss es jetzt knallhart erst mal sagen, scheiß mal in erster Linie aufs Fleisch jetzt. Ob das gut ist oder nicht. Aber das ist eine geile Variante, das zu machen. Was anderes, was Neues. Feier ich. Hab ich Bock zu essen, Mann. Schön. Achmed stand übrigens hinter der Wand, als ich mit ihm geredet habe gerade. Das hat er mir nicht verstanden. Ihr habt die Zubereitung gesehen. Also, dass es saftig sein wird, denke ich, hat man gesehen. Da kam eine richtig flüssige Tomatensauce rauf. So geil, auch mit den Pommes und so feier ich noch angeröstet. Schawarma Arabi wird das auch so gemacht, ne? Ähnlich. Bei deinem Gericht letztens war das nicht so. Du hast noch ein anderes Gericht gemacht, was du gesagt hast, wie im Restaurant. Tantoni. Tantoni. Stimmt. Da wird das aber nicht gemacht, ne? Ne, ne. Da wird es nicht gemacht. Ich muss öfter neue Sachen testen, Leute. Ich merke das direkt. Bock mich sehr durch die Tomatensauce. Ich hatte das direkten Feeling, wie wenn ihr in die Pizza beißt. An der Stelle, wo jetzt nicht so viel Käse ist, halt nur der Teig. Tomatensauce, ein bisschen Käse. Hier ist zwar kein Käse drin, aber dieses Feeling erinnert enorm daran, auch durch das Fett und so, was da reinläuft. Ganz inniges Feeling. Bock, super, super. Pommes merkst du nicht mal vom Biss. Ist eher Geschmacksgeber. Gibt so einen latenten Geschmack nochmal da rein. Ich grüße ihn raus von einem guten Charo. Er war der Entdecker dieses wunderbaren Stammes. Mein Reden. Soll ich das nicht? Das ist mein Reden, wirklich. Lieber widerlich als widerlich, sagt er. Zu Saftigkeit sage ich euch später nochmal, ob das vielleicht übertrieben war oder nicht. Bewertung kriegt ihr auch später. Ich glaube, ich habe einen Bauarbeiter-Dekortier gerade. Merke ich. Ich merke den kalten Windflug. In den Runde 2. Dann gucken wir mal, wie das Ganze auf Gesamtperformance geht. Ich bin sehr gespannt aufs Kalte. Ich sage schon mal vorab, zu dir auch schon mal. Ich bin begeistert. Ich dachte jetzt 0815-Ding hier wieder ein bisschen so hier. Mal einmal Welle machen, aber ihr habt was hinter dem. Oder wir strengen uns an, wir halten auch die Qualität hoch. Wir geben unser Bestes. Das ist ein sehr gutes Ding. Gibst du mir da draus sozusagen High Five? Gebe ich dir natürlich gerne. Nee, so richtig auf Deutsch. Auf Deutsch. Mal einmal ganz kurz nur, ich wärme den Chef nochmal hier. Das Hähnchen ist mit originalen Gewürzen aus Hartein. Original Gewürz aus Hartein. Und keine Zusatzstoffe drin. Alles frisch. Mega. Also ganz kurz, wir wollen euch auch das Brot zeigen, wie das gemacht wird. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass es sehr special aussieht. Und das bestätigt sich jetzt, dass es kein normales Brot. Die macht das da hinten selber und wir gucken nochmal eben einmal rein. Krass. Boah, hier macht das Brot selber. Jeden war frisch. Geil. Soßen, null Zusatzstoffe, Brot, null Zusatzstoffe. Wird jeden Tag täglich frisch gemacht. So eine Fleischmarinade von Hintzchen auch. Mh. Mh. Fisch gemacht. Mega. Also mein Segen habt ihr. Also ihr werdet ja später die Bewertung sehen erstmal. Aber ich kann euch schon mal sagen, da ist schon was hinter. So. Also nochmal einmal, was ist das eigentlich für ein Gericht? Wie heißt das eigentlich? Das ist Katek. Das ist der Rep, das ist aus der Region Iskandor. Das war mein Traum hierher zu bringen. Ich habe das für wirklich mit einem Freund zusammen hierher zu bringen. Und jetzt haben wir noch weitere Partner dazu bekommen. Und wir wollen daraus ein Franchise machen. Weil eigentlich ist dieses Gericht genau genommen kein Döner, sondern... Nein, 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 nein. Das ist auf türkische Art, besser gesagt. Das ist mittlerweile in der ganzen Türkei auch. Wir haben 40 Filialen in der Türkei. Und ihr habt es hier nach Deutschland gemacht, dieses Gericht. Und hier nach Deutschland haben wir zu Hause und jetzt Inshallah ein Franchise. Mega, mega. Da gibt es mir auch High Five. Ich habe mit deinem Kollegen auch High Five gemacht. Zweite Runde, Leute. Kalt. Boah. Ob uns das noch schmeckt. Moin Moin, total. Wusstest du, dass das der saftigste Döner Deutschlands ist? Als Freundes darunter bekannt. Sehr gut. So eine Brille wollte ich mir auch mal holen. Ohne Rand. Genau. Das ist besser. Das ist besser. Sieht man besser. Oh, mega. Danke dir, mein Lieber. Machen wir. So, wieder den saftigsten Döner. Wieder mit Tüte. Macht Sinn. Wenn es beim normalen Döner schon rauskropft, dann wäre das nicht der saftigste Döner, wenn es da nicht rauskropfen würde. Es gibt zwei Optionen. Entweder haben sie jetzt einfach mehr Pommes reingemacht oder die Pommes kommt mehr zur Geltung bei der Kalbvariante. Kalb ist halt auch in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so saftig oder kommt nicht so saftig rüber wie das Hähnchen eben. Ist ja oft auch noch ein bisschen dicker geschnitten. Kommt mit meinen Erfahrungen überein. Mit den Zwiebeln gefällt mir auch super. Mit den Pommes gerade wird mir das gerade zu mehlig, könnte man vielleicht sagen, halt dieses Pommes durchgeweicht. Gefällt mir in diesem Fall in dieser Variante jetzt nicht so super. Aber wir snacken auch, Leute. Ich denke, wir haben genug gesehen, genug geschmeckt. Es ist Zeit für eine Bewertung. Also, wir legen los. Erstmal zur Kalbvariante. War für mich relativ unspektakulär. Trotzdem lecker, aber nicht so, dass ich jetzt hier nochmal hinrennen würde, um diese Variante zu essen. Die Hähnchenvariante, die mir auch ans Herz gelegt hat, fand ich wirklich, wirklich besonders. Mal was anderes. Für Leute, die dieses Außergewöhnliche lieben und nicht einen klassischen Döner jetzt essen möchte, ist es genau das Richtige. Saftig durch und durch. Also zu der Aussage, ob es der saftigste Döner Deutschlands ist, würde ich so unterschreiben. Könnte ich, würde ich so unterschreiben. Er ist einfach in sich zerschmolzen und nicht das Eklige, was ich gedacht hätte, dass alles raussapft und es ist in sich geblieben. Hatte eine Ballung wirklich, hat in sich einfach maximalen Saftigkeitsgehalt gehabt. Wunderbar. Geschmacklich gebe ich dem 8 von 10 Punkten. 8 von 10 Punkten, auch super Ding gewesen. Hat mir klasse geschmeckt. Kann ich nur empfehlen, werde es jetzt einfach so als Gericht, weil Döner ist es in der Tat nicht. Aber das kommt mir jetzt vor, nicht wissen. Bekannt ist als saftigster Döner Deutschlands. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst den Daumen gerne oben knallen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.